was geht ab was geht da heute herzlich willkommen es ist soweit das nächste älteste battle ist am start mit einigen guten neuerungen neuen bossen auch und ja vor allen dingen änderungen im raffle shop die sehr geil sind und die belohnung von den event mission sind natürlich auch geil ich wollte euch jetzt hier immer mein spider kings lair ja live abzeigen das ist einmal wie folgt mit nord jana dann habe ich bei wea luke und res ganz hinten drin als commander benutze ich natürlich grace mit dem prototypen vision stone und in der mitte und hinten einfach das was mir die meisten werte gibt ansonsten gibt es hierbei eigentlich gar nicht so viel zu beachten ihr versucht einfach immer mit euren skills natürlich so viel targets wie möglich zu hitten und mit rs ulti versucht ja eigentlich immer nur zu pushen ja das ist eigentlich so das groß und grob und ganze soll ich mal gibt es keine speziellen taktik knips zumindest was ich bis jetzt sehen konnte ich habe das jetzt auch erst drei vier mal spielen können in der kurzen zeit wollte euch schnell schon mal video an die hand geben dass sie auch schon mal damage machen können und profitieren ich sehe jetzt ich pushe wieder nord und mit der nord ulti natürlich auch immer so viel wie möglich zu hitten ich sehe jetzt ich pushe wieder nord und versuche mit der nord ulti natürlich auch immer so viel wie möglich zu hitten hier ist es auf jeden fall der plan ja und für das dingens für das hunter ding muss ich noch ein bisschen quasi natürlich noch ein bisschen das heißt das hunter video kommt ein bisschen später aber kommt nachher auf jeden fall auch noch leute macht euch da keine sorgen da werde ich euch auch noch meinen line up zeigen und versuchen zu helfen ich habe gesehen ich habe gerade einmal auf jana gemacht weil nord schon relativ weit in seine ulti mit war wenn er kriegt die ach wer wirklich ganz gut schaden auch zwei ads am auf jetzt sind wir auch schon am ende hier von dem angelangt muss man natürlich noch mal neu pushen diese jana macht hier auf jeden fall am meisten impact mäßig so schaden und bei wer habe ich halt nur für diesen bonus drin man kann auch noch ein bisschen ausprobieren natürlich mit ob ob vielleicht ein tag booster sag ich mal mehr bringt also jemand der tag nutzen kann ja hier hätte ich noch mehr machen können also es wird wahrscheinlich nicht mein bester rekord sein ein bisschen dahinter ihr seht 40,9 ist auf jeden fall damit möglich die timings war ein bisschen unlucky ich hätte noch vielleicht eine oder zwei jana ults mehr machen können im endeffekt aber ihr seht worauf ich hinaus will ich hoffe euch hat das video gefallen lasst gerne daumen nach oben da haut ein abo auf den kanal raus und verpasst keines der weiteren eternal evolution videos falls es natürlich neue infos gibt werde ich euch die natürlich direkt auch wieder geben in dem sinne peace euer resign 1